Musik Darum hab ich mir auch nicht vorgestellt, dass ich mal ein Pfarrer bin und eine riesen fette Gospelband hab. Und ich hab irgendwann gemerkt, dass das ein bisschen Scheiße vielleicht ist. Und Liebe Musik, das ist natürlich für mich eine Verbundenheit, die ich schon sehr lange kenne. Das ist tatsächlich eine Liebe, wo ich selber weiß, dass mir die mit Sicherheit nicht genommen werden kann. Der Problem ist so! Das 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 ist so!